Ich bin David Bucher, ich bin Mitarbeiter von Christus für alle Schweiz und darf heute eine kleine Übersicht geben über das, was wir bei Christus für alle dort aus machen. Eines ist, dass wir ein Ziel haben, in jedes Haus der Schweiz das Evangelium zu bringen. Wir machen das durch unsere Zeitung Jesus.ch Print, aber auch die neu lancierte Hauptzeitung, die wir mehr regional arbeiten wollen. Das ist ein super Tool, für das jedes Haus wirklich von Jesus gehören darf. Nebendran machen wir mehrere hundert Einsätze pro Jahr auf der Strasse oder von Haus zu Haus, wo wir mit Menschen reden und ihnen von Jesus erzählen oder für Menschen beten. Dabei dürfen wir ganz coole Sachen erleben, wie Gott uns zu diesen Menschen führt und wirklich offen sein oder auch Menschen sich bekehren oder neue Gruppen dürfen entstehen. Parallel dazu und kombiniert mit dem trainieren wir Christen und Gemeinden im evangelistischen Lebensstil, wo es uns wichtig ist, dass es nicht nur Streufeuer ist, sondern dass es weitergeht. Aber auch in Jüngerschaft, weil das Ganze wichtig ist, dass es nachhaltig verankert ist. Das alles wäre nicht möglich, wenn wir nicht von unseren Partnern, aber auch von euch immer wieder unterstützt würden, sei das finanziell oder sei es im Gebet. Und dafür möchten wir euch von ganzem Herzen danken. Es ist aber auch möglich, selber ein Paar zu sein und mitzuhelfen. Ich möchte euch einladen, einmal in einem Einsatz dabei zu sein oder ein Training mit uns zu organisieren. Es würde uns freuen, auf euch zu hören. Merci vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank.